Ich heiße Judith Jakob, wohne in Köln, habe meine Ausbildung in Essen an der Volkwanghochschule gemacht. Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße damit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Es ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zurzeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Eine Nuschel. Ich ertrachte es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Na? Na, wenn ab nochmal ab. Verpüß dich. Weißt du was? Du bist krank. Wenn ja, dass ich nachdem, oder? Du bist krank zu ihn. Und dann kannst du michить info, Enn Gods определigen. Super eyebrows zu den Bellen, sage ich mir doch mehr. Kannst du michstäcken? Kannst du mich verstehen? Statt michstöchung für die Zeit, Untertitelung des ZDF für funk, 2017